Musik So Mädels, ich habe jetzt einmal mal angefangen, weil ihr ja gerade am Spielen wart. Da kommt er, ah dort, da, 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 ei, ne. Hähnü? Automyte. Automyte, Automyste muss schlafen. Ai, ne. Halt! Achso, ich wollte gerade sagen, ich fahre mich jetzt auch nicht um hier. Nee, ich will doch gar kein Schütze sein. Hör doch mal, wird er öffnet. Ich bin... Nein, Mensch. Genau, Passagier. Passagier sind wir gut. So. Machen wir nur was oder machen wir nur nicht? Ja, komm Klein, komm von euch hinter uns. Ja, ne, ich weiß nicht, warum wir gerade abhalten. Könnten wir machen. Warte mal jetzt, bleib mal kurz stehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann muss ich doch nach oben. Feuer! Feuer! Bei uns! Ja, bei mir haben die da runter gelebt. Deswegen habe ich jetzt darauf geschossen. Tomassi, schießt! Feuer! Bruch! Feuer und Flamme! Spiegel! Warte mal kurz, bei mir liegt er da hinten noch ne... Da liegt noch was, da liegt noch was! Was liegt denn da? Keine Ahnung... Pflückt, über den Haufen gefahren! Hahahaha, irrsne Dokument! Aha, ein Kingslayer-Datei! Hoppala! Nur man macht schon wieder alles kaputt! Ich bin auch so gegen die Zappseile gefahren, ich wollte eigentlich jetzt bisschen losfahren! Alter! Da übersteigen wir nicht ein, einfach mal hier! So! Ja, kann weitergehen! Eure alte qualmt aber auch ganz schön, ne? Ja, ja so! Das qualmt ja wegen dir so! Na ja, ist klar! Na weil du dich wieder nicht zusammenreißen konntest! Pick mal her, helf's ab! Was ist die hier? Buggy! Ich hab bloß Waffenkiste! Achso! Du musst ja die malen! Warte! Ich will auch haben! Kann ich eigentlich bloß einer haben? Ja! Hier ist ne Waffenkiste! Nein! Aber da ist er und Jens schon haben! Mal gucken! Mal gucken! Mal gucken! Ja! Ja bei mir aber auch immer nochmal! Ja auf den Dornen! Ich drehe da einfach mal bei! Warte mal! Du hast aber ein schönes Auto! Danke! Habe ich mir geliest! Achso! Liest bei der Unidad! Liest bei der Fingerrabatt! Das war später! Fünf Fingerrabatt war das nicht! Der stand so in der Gegend rum! Dacht so frisch aus der Waschanlage kann man dann mal mitnehmen! Leiber! Dauerleiber! Genau! Ja! Also nicht kaputt machen! Naja das können wir nicht! Das können wir nicht versprechen! Pass auf! Erste Kurve! Ne! Dafür haben wir schon mindestens in uns wegen Menschen! Auf jeden Fall haben wir eine Frau in der Hände! Ja! Ja auf jeden Fall! Moment! Und abkürzen! Schön haben wir den ersten Kratzer! Wickel tut er zwar schön, aber irgendwie bringt er die Kraft nicht auf die Straße! Aber er hat zu viel Kraft in dem Moment! Oh! Gebt mal langsam hier aus! Ich würde an eurer Stelle hier nicht lang fahren! Das macht er wirklich krass in die Karre rein! Ist doch eh schon zu spät! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt weiß ich auch warum! Feuer frei! Scheißdreck! Haha! Mein Charakter gerade einfach mal so! Scheißdreck! Wo es nach unten ging! Ja weißt du warum! Ja! Juhu! Das war mir jetzt so klar! Oh du müde! Oh! All das mit dem Kratzer hat sich jetzt irre geklärt! Ähm ich mach jetzt an und ihr düst los! Ja! Ja! Ja du bist los ey! Na der hat noch nicht mal ein Heavy ey! Das wird 1,5 Kilometer meinst und 2,5 Minuten ist heiß! Und du meinst das Packer? Kannst du mit so einer kochen? Also ich weiß auch nicht! Seh ich fahren! Nur mein Vater auch gerade hier! Fällt ein! Sprung! Verhügel! Verhügel! Ich bin seit! Oh! Passt! Müsst er! Hör gerade aus! Hör gerade aus! Ja fast gerade aus! Machen wir ein Stück links! Willste ne? Gut! Boah ey! Der hat so viel Druck! Der tut ja an jedem Felsen haft! Oh! Oh mein nicht die Felsen! Aupe Nuttgeil! Ach du bespringt alles oder was? Ja! Ja! Du willst mir nicht herunter? Zack! Weil du willst mir nicht herunter! Okay er biegt doch rechts ab! Klatsch gegen Böhm! Böhm! Vor Stunts müssen doch Oma sein oder? Ja! Ja! Geh mal volle Hilfe rein! Ihr seid doch schon fast da! Ja! Voll frei! Neu! Was ist denn da jetzt? Ah weißt schon bei mir sieht es die ganze Zeit schon gömmig aus ja! Bei mir schwebst du immer! Mh! Ach das schon alles? Gut gemacht! Es wird leichter für die Rebellen wenn das ganze Zeit ihre Stellung nicht mehr durchfällt! Alter! Wir haben fertig! Wir haben rumgeiert! Wir haben rumgeiert! Ah ja! Warte mal mal gucken ob ich euch finde! Warte mal mal gucken ob ich euch finde! Da würde schon wieder zum Haiti! Geht ihr jemanden überleben der nicht überleben sollte! Wir sind keine Auftragskiller! Wir entscheiden selbst! Aussteigen! Find ich doch schön! Warte! Warte! Die kriege ich! 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 Die kriege ich nicht! Hä? Ja ist ja die! Deine Felsdruck ist nicht ein Weg gewesen! Ääh! Wezen! Heiß ich euch mit! Wollt ihr mit! Wie geht denn? Oh nein, die schenke ich morgen jetzt noch. Mach kurz kurz. Könnte dabei schon mal aufräumen. Ja, die Tracks noch weiter erledigen oder was? Wenn ich weiß, was sehen würde, wo ich hinfahre? Ja. Und dabei soll ich zielen? Wenn du nicht mal weißt, wo du hinfährst. Doch, wer bescheid will, wenn was zum Erschießen da ist. Hm. Wenn soll. Du hast auch ne Waffengiste. Spring mal raus, ja? Okay, jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo mein Plan ist, Jens. Oh, kacke. Ich glaube bestimmt ganz lustig aus. Ja, fahr zurück. Ich sag's den Rebellen. Die holen er sich später. Äh, ihr geht gleich in die Luft. Hm, hab's gut gemeint. Ich hab leider weiß es nicht so einfach zu spät gesehen. Das Kartell verleiht seinem Gangster eine Auszeichnung. Hier ist verzeichnet wo der Ordner ist. Okay. Ich fahr. Ich weiß, wo wir sind. Ah, hier vorne ist da ein Spielzeug. Ja. Ja, mein Kleiner. Ja, wäre nett. Jetzt erinnert er an mich, denkt ihr. Ich stehe da seit fast einer Viertelstunde rum. Kein Schwein steigt in die Karre ein. Ich bin schon los geworden. Ich habe ja keine Lust mehr. Ja, ich musste ja erst mal den Rest einsammeln. So, kann man es auch schon machen. Einfach mal beim Vorbeifliegen kraftzimmern. Gute Momentos, machen wir mal was trinken. Ich will nicht sagen, aber ich sag gerade, die sind zu schuld. Ich will nicht sagen, aber den Typen dort sind die Töten. Weil? Hold'n' euch. Find's rein. Weil, da find's ja auf der anderen Seite wieder raus. Der hat gewusst, dass du kommst. Pack's deinen Kopf. Ach nee, das ist alles echt ein bisschen. Ich soll den ja bloß einschüchtern. Ich soll den ja nicht ganz schieben. Oh, nicht mitnehmen. Unsere Heli qualmt ganz schön. Ein Tuck-Tuck. Wir quarts ja schon, Mutter. Jungs, was habt ihr gemacht? Wir nicht. Entschuldige. Deine Scheiß-Explosion. Deine Scheiß-Explosion, ist klar. Okay, ich hab jetzt gerade gemerkt, dass es in meinem Zimmer wirklich etwas sehr warm ist. Mein Rechner sagt mir 53 Grad. Dann will ich ja nicht wissen, was hier das Programm danach sagt. Ja, das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber ich kann ja gucken. Ich kann ja gucken. Jens macht ja keine Scheiße, ja. Nicht, dass ich ihn rausspringen muss. Haha. Ähm, wenn er Scheiße macht, ist es mit dem Rausspringen eh zu spät. Stimmt allerdings. So. Und ein Moment. Moment, du bist jetzt einfach mal der Erste, deswegen schicke ich dir das. Schick mal so, du. Es war ein bisschen klar, dass die Eislare fast kam. Warte, komm mal hin. Wo bist denn du? Bist du erstmal hier? Bist du erstmal hier? Dein Handy. Ach ja. Ruf Autotrace. Ich wurde es gefunden. Weiter Arbeit ist er. Stimmt. Alter. Steht da hier. Ich war's nicht. Doch. Nein, ich stehe voll nicht daneben. Naja. Du hast gesehen, wie das Auto kam. Ach du, das Auto. Ja, an dem Auto bin ich nicht schuld. Obwohl. Ne, doch, an dem Auto bin ich schuld. Aber man steht ja auch nicht so hart, das ist einfach nur sinnlosweise am Straßenrand. Der ist aus dem Auto rausgesprungen. Der eine, die ja auch gerade weggefahren sind. Reicht da eigentlich schon eine Handgranate? Da steht komischerweise gar keine Dings drinne. Den Etemp. Platz da, hier gibt's ein Matzer. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe, ich bin doch schon da. Wo ist er denn? Ach da. Ich bin jetzt einfach mal bei Nomen eingestiegen. Damit er nicht alleine ist. Nur ein Stück von Nomen hinten drinne. Das kann man jetzt falsch deuten. Ne, du bist doch mit bei Nomen. Dieses kleine Fahrzeug hat einen dicken, fetten, großen Arsch. Ach da sitzt du drin, Arsch. Und das muss jetzt gerade reingekrochen. Und ich sag nur, kriech nicht da rein. Gerne. Alter, ich guck grad nach hinten, da kommt Jens mit dem Heli so drüber, also. Bist du nicht mehr normal? Ach, ich normal? Ich hab hier umsonst den Namen Freaket Freak. Ah. Hier ist noch ein Kingslayer. Warte mal kurz einen Moment. Hier ist noch ein Kingslayer. Wo willst du denn hin? Oh, dann steigt er aus, wenn du siehst. Soll ich mal auf ihn schießen? Ich muss bloß hier die Straße runter und dann links abbiegen. Oh Gott, oh Gott. Oh, das wäre doch fast schiefgegangen. So ist er wie Nomen hier gerade gewendet hat. Ich hätte dir auch die Straße freigemacht, wenn du was gesagt hättest. Das ist eine Katastrophe. Worum? Könnte ich mir denken. Warte mal kurz noch mal hin. Lass laufen. Ich komm nie über den Tauben. Oh. Wird er zu dick. Oh, jetzt. Jetzt kannst du abholen. Der klang gesund. Jetzt müssen wir ja, warte mal. Also ich hoffe, er wird die Aufnahme jetzt nicht online stellen. Warum denn nicht? Klar wird die online gestellt. Wird das mit dem... Na ja. Wegen dem kleinen Röpser. Warte mal, das ist die unterscheide Mission. Hatten wir doch gestern so schön gefrost. Das ganze sieben Mal. Das war enge. Das war jetzt auch wirklich enge. Ich hab schon nach unten geguckt. Ich hab mir so, oh Gott, nee. Siehst du, schon wird's wieder kühler hier hinten. Einmal mal die Dürre aufgemacht. Oh, Hübschrauber. Oh, Flugzeuge suchen. Keine Hübschrauber. Gut, ich hätte vielleicht hier drinnen sitzen bleiben sollen, ne? Oder? Ne, um Gottes Willen. Nicht. Ja, sagen wir, dass wir bevor schon einsteigen. Dann steigen wir halt wieder aus. Weil's so schön war. Oh, ist's. Ja, Brenz-Bee-Flugzeuge. Muss das so sein, ne? Alter, fahr' mir jetzt mit der Koche weiter, oder was? Okay, dann fahr' ich mit der Koche weiter. Ne, nicht Hütze. Bist du bisse... Oh. Schungel! Ich will ja nicht sagen. Das Schöne ist, du darfst 5,5 Kilometer. Willst du, nimmst du mich mit? Oh, immer. Nimmst du mich mit? Ich hab da jetzt nicht geguckt, wie weit das ist. Oh, 5,5 Kilometer. So, ich wollte eigentlich nur dein Fahrzeug hinterher bringen, Nomen. Mehr wollte ich gar nicht machen. Hast du ja auch in das Flugzeug ansteigen können? Ja, ne, da ist Tessy schon mit drin. Na, Tessy fliegt ja. Achso. Dass es auf einer Seite zu schwer wird. Der war schon wieder bewiesen. Dann müssen wir uns jetzt permanent in Richtung drehen. Hm. Ist das jetzt nicht, wenn ich sage, Moment, du bist in selbe Gewicht zu lassen. Wie ich gerade gesagt habe, wir sitzen auf der selben Seite. Oh. Dann wird's dir nicht. So hört ihr mir zu. Schönen Dank auch. Ich hab dir zugehört. Ich wollte Blasienz in seinem Glauben lassen. Ich hab gekonnt überhört. Das kannst du ja am besten machen. Hey, Mann, wann ist er schnell da oben? Ich muss ja erst mal einen Schluck nehmen. Mal gucken, wo wir eine Landebahn treffen. Ja. Die war so. Ich muss ja erst mal überfliegen. Die sind aber auch in dem Spiel ziemlich knapp gehalten, muss ich sagen. Ja. Sag mal, ich sag mal, du kommst zwar bei Zeiten zum Stehen. Aber wenn du jetzt wirklich mal ein paar Meter zu spät oder einen Moment zu spät landest, so war's das. Du fließt hinten drüber nach. Das wär mir ja gestern bald passiert. Oder wie ich das öfteren einfach mal Flügel weggerissen. Ja. Oder zack durch den Böhmdusch. Ja, gekonnt. Leider auf der Hecke gestützt. Die hat jetzt Klatze. Nur so nebenbei. Aber was ich schon geschafft habe, das hat auch noch gezählt. Das hat dich gewundert. Mit dem Flugzeug zwischen zwei Bäumen durch. Beide Flügel weggerissen. Flugzeug stand direkt aus dem Fall. Das hat gezählt. Ein Glück gehabt. Was machst du jetzt? Ich dachte, das macht besser aufgenommen. Ich will ja nicht, wenn der Pilot will oder ob der besoffen ist. Also trinken tut er auf jeden Fall. Das hat auch schon zugegeben. Ja, obwohl ich will, wir ja bei der Landebahn. Und er fliegt, keine Ahnung, Kilometer. Und er ist noch weit weg. Vorbei. Oh, jetzt dreht er. Jetzt, jetzt, jetzt. Das hat er jetzt gehört. Jetzt kommt er zurück. Jetzt gibt es. Jetzt möchtest du in Deckung gehen. Jetzt gibt es auf die Fresse to go. Oh, jetzt versteckt er sich in den Absicht in den Büsch. Das ist ja so unauffällig. Das ist ja so eine weiße Heli. Das sehe ich noch die... Oh, du Scheiße. Genau das habe ich gesehen. Neben Einsatz gescheitert. Das Geile war, bei mir kam die Meldung vorher schon, bevor ich überhaupt den Heli getroffen hatte. Ja, bei mir aber auch. Also, das steht ja hier auch ein Hiddy. Der steht immer da. Der steht aber auch. Ja, du eigentlich müsstest du von der anderen Seite kommen. Ja, eigentlich habe ich das vorher gewollt. Oh, boah. Ich habe geschafft. Ja, das ist ja noch ein paar Seiten hier gerade am Magen. Welches Gebiet. Na, das wo wir drin sind, was ich meine. Also, das... Ja, das ist anders. Das ist weiter rechts. Also, das von Simonis. Dann, pink mal was. Wir fliechen da einfach mal dahin. Hast du jetzt einen Nebeneinsatz eingepingt, oder? Ja. Gut, deswegen... Ja, gut. Ich wollte bloß wissen, dass ich weiß, dass es das nächste Mal, wenn einer einfach was anpinkt, dass er blinkt. Das mehr wollte ich gar nicht wissen. Ja, wenn du nicht auf der Map bist, brauchst du einfach das Enter drücken. Achso. Dann kommt dann, äh, wenn du hier das ganze Mal... Nein, Steuerkreuz nach links. Steuerkreuz nach links. Da tut'n mich mal vertreten. Ich muss da mal Bier holen. Na, jetzt ist aber gerade schlecht mit Umsteigen, na? Was tust du? Na, da unten ist ne Tanke, ich muss Bier holen. Ach, ooooh. Ja, flieh, geh, 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 geh. Hier ist was los. Oh, bitte, den Drive-In, wo? Ja, bitte, den Drive-In, genau. Das hat mich schon bei irgendeinem Kinder gebracht. Was machst du du jetzt hier? Wenn du mit den Drive-In fliegen. Na, ja, da musst du aber zu leid spleggen. Warst du aber schnell Bier holen, ne? Was sagst du? Nee, ich hab von draußen reingeguckt, die hatten bloß Sterbenbruch. Na, ne, doll. So eine klare Silberkennung. Ja, ja. Sterbehilfe. Sterbehilfe, nee. Das ist keine Sterbehilfe mehr. Das hilft nicht mehr beim Sterben. Das ist akute Köpferverletzungen des Glymbe. Sollte, hinten war gerade noch eine Waffenkiste. Wir sind gerade drüber geflogen. Na, egal. Oh, dann. Nee, sind schon vorbei. Ich hab gerade überlegt, rauszuspringen. Dann dachte ich mir so, nee, lieber doch nicht. Trau dich doch jetzt. Trau dich, trau dich. Zack, ab gegen die Prigge geklatscht. Wie so eine Fliege gegen das Auto auf der Autobahn. Platsch. Genau, wir haben sein Boot. Kein Schwein weiß, was man da will. Hatten wir das nicht gestern schon gemacht? Mit dem Boot? Kannst du denn? Nee. Das hier. Das hier? Äh, keine Ahnung. Wo Jens sich vorher noch dein Heli geklaut hat. Ja, aber das ist das. Ähm, ja, hatten wir gestern schon gemacht. Aber, wie gesagt, Mats ist ja mit dabei. Und der hat den kleinsten Spielstand. Können wir doch bei uns spielen gehen. Jetzt bin ich schon irgendwie gefallen. Warum tust du sowas? Das hält man müde, Mensch. Weißt du? So eine Scheiße. Warte mal, ich hab Angst. Warte mal, warte mal, ich bin ja gerade irgendwo anders. Warte mal, was willst du jetzt? Zähne zeigen? Achso. Warum soll ich zähne? Was? Zähne zeigen. Hä? Lohm, ich konnte nicht mitgekommen. So. Ach, da gab es so Treppen. Let'sche. Wartet auf mir. Ich suche gerade einen Ausgang. Wo ist denn hier die? Hier, such mal weiter. Ach, hier. Tür gefunden. Halt, stopp. Wir sitzen alle auf der selben Seite. Das ist so ein... Das ist aber schön, dass du jetzt auch mal gemerkt hast, dass die Kacke das ist. Aber zum Glück ist das nicht wie bei GTA, wo du hinten beim Heli, wenn du hinten rumläufst, einfach mal so übelst, du in den Probeller reinlaufen kannst. Voll in die Fresse, das Ding. Ja, das ist beim Raubüberfall hier, beim Pacific-Ding, so Standard-Raub hier, wo du in den Knast musst, bei dem war das. Da hatten wir einen... Nee, das ist nicht Pacific, das ist Gefängnisausbruch. Ja, genau, Gefängnisausbruch. Da hatten wir Standard, ist dann der letzte Aufkrach, wo die Bank ausrauft. Ja, genau. Hatten wir das nicht auch mal gezockt? Ja, das hatten wir auch mal gezockt, Tessi. Na, geht ja auch hier. Ja, da war aber noch der Verrückte dabei. Ja, ja. Der Mike. Der Flavie. Genau. Der ist erst mal im Ruhestand. Oi. Ja, jetzt ist... Es ist... Er schmeckt, oh, sagen wir es mal so. Kompliziert. Oh, so kann man es auch nennen. Es ist wie so eine Beziehung, einfach mal kompliziert. Hm. Hast du mal alles gleich zum Kopf abgebrochen? Achso, wer ist denn schon da? Ich will auch... Achso, ne, haben wir ja. Haben wir schon fertig. Ich bitte Sie doch nächstes Mal, das ein bisschen näher an einer Cortina hat zu werden. Das haben wir doch. Ihr redet irgendwie vom Parken und ich wollte ja gerade aussteigen. Amigos, hier ist es weg. Die Einwohner sind langsam weniger Mist, baue ich uns gegenüber. Aber wir müssen Ihnen konkret dann helfen. Einige meiner Männer haben nicht einmal Schuhe. So etwas braucht Zeit, wenn erst mal alles läuft. Also würde ich da mit der Hol... Ja. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Würde ich die Bäume fällen, könnte ich bei Holzfäller extrem mitmachen. Einmal drüber geflogen. Alles weggesenzt. Du bräuchst doch du auch keine... MGs. Hm. Warum lässt du mit dem Kopf voran durch den Waldrand oder was? Da würde ich den Hubschrauber auf den Kopf stellen. Da würde ich durchfliegen. Na gut, das geht ja. Nein, geht nicht. Nein. Nein, habe ich schon getestet. Es geht auch kein Looping damit. Ja, hier im Game. Bei GDA geht das. Ja, GDA. Ja, GDA. Digger, wir könnten eigentlich immer bei GDA zocken. Ja, ne? Ich würde den Haken können wir mit der Aufwärm nicht zusammenzocken. Warum das? Weil wir zu P4 haben. Achso. Weil wir schlaue Menschen sind. Ach Gott, hört doch auf. Da ist noch ein Tango. Der Tango ist entdeckt. Warte, ich bin ein Hubschrauber. Ja, wenn Jens schon abhaut. Warum schreibst du das aus? Ich wollte dir helfen. Ich bin doch nicht bloß der Dekoration da. Nicht? Auch wenn das ab und zu so aussieht. Hat sich nur eigentlich mal einer das Bild angeguckt? Wenn ich es schon euch zwei geschickt habe? Ich habe schon gesagt gehabt, da fehlen die Temperaturen. Ja, jetzt habe ich die Tür aufgemacht, jetzt ist er bei 48. Laut meiner Anzeige. Nicht laut dem Programm. Mach die Tür zu, es zieht. Ich soll ja ziehen. Wir waren vor uns bei 53. Wusst bestimmt mal, ja. Die Tür aufmachen, ja, ich weiß. Das ist ja geil. Nein, die Temperaturen fehlen. Ja, nein, das ist ja das. Müsst du noch? Nein. Hä? Das ist das, was Norman letztes Mal schon aufgefallen ist. Er wollte irgendwelche Temperaturen wissen. Sicher stehen keine Temperaturen, außer die von der Grafikkarte. Das ist ja doof. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Du hast das Ding runtergeladen. Ah, nein, Norman hat das runtergeladen. Ich weiß nicht, liebe Mannschaft. Wo soll sie gehen? Ah, ich sehe da was. Oh, mir ist da was. Bei uns ist ja loskauern. Ja. Na, immer rechts in einem Mal, ja. Kräuter aus. Ja, wo wir vorhin Kräuter drin sind. Ja, ich will. Ja, ihr Hockett. Ja, ihr auch? Ich auch. Na, geh doch mal runter. Runter, ey, Matze. Runter mit dir. Auf den Weg. Unten genug. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt mit bist. Ich wusste gar nicht, dass du das bei anderen Opfer annehmen, oder? Ähm, Autsch. Ich müsste erst mal... Ich hätte ein bisschen Hilfe gebraucht. Ich muss erst mal einen Eingang finden. Eingang, Eingang ist langweilig. Oh Gott, oh, jetzt... Machst du wieder eine Verrückte hier mit dem Heli einfach reinfliegen? Oh, ja, das Metakonade war jetzt... Oh, warte mal, ich muss das erst mal raus. Oh, so hell wie ich war. Oh, mein Heli haben sie runtergeholt. Ich bin... Aber gehört, dass die Rakete kommt? Ich bin gleich rausgechanzt. Oh, spielt. Mann! Mann! Leck. Mir. Doch. Am. Puppe. 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 Ah, da hat ihn umgebracht, heißt das. Ah. Schon einer kitzelt hier schon, oder? Ich kann nicht mehr rein. Ah. Wer kitzelt? Also vom systematischen Vorgehen kennt ihr ja keiner was. Nö, das war jetzt einfach mal blind drauflos. Jo. Wie gesagt, der kann mir nur drauf finden. Auge. Auge. deswegen ich bin jetzt einmal bei Nomen so lange wie der noch lebt ja deswegen ja es ist egal so lange ich gedrückt habe es ist ja egal auch gott ich bin am Arsch jetzt leben wir seid ihr dort oder was ich bin immer müde ich bin unberwäschens nur mein Zottelfeld die Feuchtigkeit wiedergeben denn liege ich ja ach deine Loten sind so trocken da möchtest du mal eine ordentliche Horkung nehmen könnte helfen erledigt erledigt er hat jetzt noch die Garnade zu hoch gehauen hihi wer ist denn hier schon wieder der Nomen schon wieder der liegt mir immer auf den Müll oder Ei wie immer auf den Müll oh Gott verdammt wohl denn noch ähm ich muss die ist echt etwas äh das war ein Kaffee ist gut aber kann's lösen jetzt sollten wir noch schnell nach wo kann ich jetzt hier einsteigen da oben am am Arsch sei doch nicht immer so böse mit mir ja was war mal ernst ja das sagte ich mir du Arsch hab gesagt am Arsch oder nicht den Arsch ja versuchst du jetzt grad zu wenden oder was tust du hier eigentlich ja ich wollte da gerade rückwärts rein fahren warum wir machen gerade Wenden 37 Zügen ja mit der Kiste wird das 35 so haben wir uns doch hier einen Satz gleich in der Nähe überflotte ja sind bloß 46 die ganze rückwärts fahren genau warte mal ach ich wollte gerade Platz machen ich wollte das Auto gerade wegräumen aber hier da ist ein Stein zack Überbruch und dann wird er fragen wenn die Karre qualmt ja ne ja diesmal bin ich ja selber dran schulden das letzte Mal war ich nicht dran schulden ja ne ist klar ja ich muss jetzt hier vorne laufen geraten kein Futter oooohh sieht ganz gut aus ein bisschen anlaufen 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 ein bisschen klein gehen dann geht das los was machst du anlaufen als klein gehen mein Freund weil Tessi fährt rü- äh ne Norman fährt ja Norman ist gerade rückwärts gefahren und hat der Hand raus gehalten ach hä irgendwann müssen sie ja am Blinker sparen ja war der Koch am Blinker gesparen was macht der, der hält der Hand raus erst mal die Pfote raus vor allem würde er das immer sehen als würde es einen interessieren ja vor allem wenn du mit der Koch rückwärts fährst das interessiert kein Schwein aber egal erst mal rückwärts fahren wir haben gerade Masse verloren ja ja bis ruhig bis rückwärts fährst das rückwärts das rückwärts das rückwärts das rückwärts das rückwärts wenn wir da schon so hier rein gehen kann ich doch mitmachen ne komm, Frau, frei sind Sie alleine oder was in der Karre? ne, ich bin doch auch hier ne, ich bin doch auch hier ja werden wir mitmachen eine Matze triffst du jemanden nö das ist das ist ja nicht mein Plan das ist einfach bloß zum schießen nicht äh das ist einfach bloß gar kein Plan überhaupt noch jetzt rennt ihr 20 Leute in der Haar und du ja nö hab ich jetzt gehe ich nicht drauf treffen wollte ich schon aber irgendwie ist das nicht meint mit dem MG ist es einfach jetzt wenn das immer schießt ziehst du immer von links nach rechts sind alle dort gerade zu recht kurze Matze was für dich warte warte ich komme nicht so weit runter hinter uns ist noch ein Heli warte mal ja vor uns ist auch noch einer zack ok da war tot wo ist der andere Heli äh das ist genau über uns da komme ich nicht hin fahr weiter nur mein er ist die Wurzü hoch bisschen zack getroffen zack noch mal getroffen ich weiß einmal hätte auch gereicht aber ich wollte zweimal drauf schießen hoppala wo ist der jetzt hier vorne und hier ist von was willst du du bitte? ich weiß eigentlich gar nicht wo ich mal hinfahren soll warte mal ich gucke mal hier hier wenn wir immer dabei sind wenn wir immer dabei sind was hat es denn im Herzen, Herr Zähler? ach der hat telefoniert? ich muss erstmal einer wissen ähm er sieht schlecht aus er sieht schlecht aus das problem ist dass wird das wasser nicht passieren was die bestreiten fabrik ist ähm man zu weiss was die aufnahme die kannst du zwar angucken aber kannst du ins gott rücken so wie was anderes zeug geplappert wurde und alles das kannst du ganz ehrlich brauchst du nicht machen hast du dir mal meine anderen Aufnahmen angeguckt? da kam auch nicht viel interessanteres rum ne ich hab mir gar nicht angeguckt gut da hast du ja nicht verpasst ich weiß man sollte zwar seine eigene Arbeit nicht schlechtreden aber ja das ist einfach nur wie gesagt wenn wir schon so was machen dann einfach nicht herangehend oder so nicht stirren weißt du weil eine meine ja eine so lange wie man jetzt nicht alles hört so was auch man hört aus dem Blöbel ist der Hälfte und die